der ist heiß oh hallo ihr seid ja ja willkommen zu dieser folge raft ich würde sagen es geht einfach los ja also diese folge raft ich habe zwischen der letzten folge und dieser folge ein bisschen offline gespielt einfach nur ein bisschen material geformt dass man mal ein bisschen progress machen können bisschen fortschritt und was ich gebaut habe ich habe mir noch so ein paar kisten gebaut wie ihr seht ist auch schon alles echt gut gefüllt ich habe mir noch ein bett gebaut um mal hin und wieder die nächte ein bisschen zu skippen weil wenn man sich hinlegt kann man die nacht skippen wenn man keinen bock drauf hat angelegt habe ich in der zwischenzeit nirgends wo also ich bin wirklich bloß ohne segel ohne paddel einfach straight übers meer getuckert mehr oder weniger mit dem strom habe meine netze hier die haben fleißig müll eingesammelt und daher meine kisten relativ voll sind habe ich den überschuss an material einfach schon mal wie man eine der letzten folgen gesehen haben nachdem wir den metall barren erforscht haben konnten wir den großen grill bauen und nachdem wir die eine glasscheibe die wir gefunden hatten erforscht hatten konnten wir den wasserreiniger bauen somit habe ich meine zwei quasi lebenserhaltenden instrumente schon mal ausgetauscht ja bisschen umgeräumt habe ich ist klar logisch habe haufen sachen geschmolzen und dann habe ich meine pontons wie ihr hier sehen könnt sind es nicht mehr diese einfachen fundamente sondern ihr könnt mit der rechten maustaste auf dem bauhammer quasi gedrückt halten und dann könnt ihr hier auswählen und ich habe diese stabilen fundamente jetzt gebaut die kriegen irgendwann späteren verlauf auch noch eine fundament rüstung das einfach herbert die dinger nicht mehr so schnell kaputt macht wenn man mal unterwegs sind aber an land oder so ja wie ihr sehen können speer und so ist alles ziemlich hin ich musste auch herbert ein paar mal zur strecke bringen diese sache ist die das war doch wo sind sind die haiköpfe sie sind wir haben jetzt acht haiköpfe also haben als lustig herbert noch zur strecke bringen das war halt alles nicht ganz so ohne weil wie gesagt er knabbert ja regelmäßig am brot rum und wenn man das oft genug macht und jeden jedes mal ordentlich abwehrt dann stirbt er halt einfach irgendwann doch mal so und da war jetzt wieder mal hier an land gehen können wie gesagt ist bloß eine kleine insel ich werde auch das rift noch ein bisschen durchwühlen je nachdem schauen wir mal herbert dürfte nicht mehr lang allzulang leben weil ich habe ihn bis dahin schon recht gut angepascht war ja bis dahin schon wieder echt knackig quasi an meinem boot rumgenagt hat ich selber leicht verwirrt habe süß war so immer raus und weg gekippt einfach nur die falsche taste genommen nochmal haben wir uns wieder ein wenig bleder gestellt aber das ist halt so so machen wir hier erst mal schnell wieder voll nachdem wir ein bisschen was getrunken haben also hier geht jetzt auch deutlich mehr rein ach so ja ich habe ja außerdem hier dieses seetang das könnt ihr im schmelzofen schmelzen dann kommt hier dieser glibber raus ich habe natürlich nichts kein fortschritt ohne euch gemacht ist ja logisch und den glibber den können wir jetzt hier erforschen weil es gibt uns nämlich die möglichkeit eine flasche zu lernen dann flossen also quasi unser erstes ausrüstungsstück können wir flossen lernen dann können wir an den einfachen bogen lernen insekten netz und ein topf in dem wir essen kochen können weil wie wir ja ich habe den knast hunger 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 hier ist essenskiste wie ihr seht ich habe auch ein bisschen geangelt nebenbei und der große grill ist vor allem auch wichtig weil es gibt zwei arten von fischen die nicht auf den kleinen grill gehen und zwar ist es dieser lachs in dem fall ja schon gegart und dieser welt die müsste quasi könnte nur auf dem großen grill nehmen könnte hier nur drauf packen und das ist wie bei einer melone den kann man öfter snacken wie ihr seht ich habe jetzt einmal einmal gesnackt und quasi er macht so vor sie viertelsten balken und jetzt habe ich noch einmal gesnackt also ihr könnt den quasi dreimal snacken und dann macht so ein großer fisch echt gut betrieb am hungerbalken ja wo war man stehen geblieben nachdem uns der hunger unterbrochen hat ich bin so ein klapper kopf genau wir hatten ja gerade das ding erforscht also wir könnten jetzt mal so ein behälter bauen dafür brauchen wir vier solche glibberinos und und kunststoff wo haben wir ein bisschen kunststoff haben wir hier und die glibberinos haben wir hier hinten an der kiste da habe ich schon mal vorsichtshalber vorgebrannt jetzt haben wir es natürlich ein blöder mist jetzt ist mir auch noch mein speer hingegangen was brauche ich für einen neuen metall speer gleich noch mal weil ihr seht also also metall habe ich schon alles weggeschmolzen aber es ist nicht mehr allzu viel da weil wie gesagt da ich ja aber ein paar mal klatschen musste ich meine das nackt dann schon und wir brauchen immer zwei blanco barren und ein und ein barren extra aus dem wir hier im bolzen herstellen das bisschen seil und blanke das ist ja eher makulatur würde ich behaupten so machen wir uns mal neuen speer fix auf die schnelle einwand frei und obwohl das plastik hätten wir auch gleich behalten könnte ich mir auch ein döds battle weil wir müssen ja die flasche die wir gerade gebaut haben erforschen die verschwindet ja im tisch quasi eine von beiden im tisch habe ich gesagt linde nicht in der kiste blödian so können wir die flasche erforschen dann haben wir nämlich weitere bauoptionen und zwar noch eine sauerstoff flasche somit können wir dann quasi auch unterwegs länger tauchen und ein fernglas das ist jetzt eher ich wüsste nichts was ich jetzt ein fernglas brauche ich sehe es ja auch so alles recht gut so da haben wir alles waffen können wir uns ja irgendwann mal bogen bauen brauchen wir auch wieder ein bolzen also metall ran ein bolzen seile planken glibber haben wir noch einstecken weil der bogen ist auch gar nicht übel weil es gibt unter wasser ja auch noch mehr gefahren habe ich festgestellt wenn man das so also was so alles an mir vorbeigeschwommen ist vielleicht kann man da mit dem bogen was ausrichten und da der bogen alleine ja nicht funktioniert keine munition müssen wir uns natürlich auch noch ein paar pfeile bauen und dazu brauchen wir steine und zwar drei immer also nehmen wir gleich mal 21 steine mit brauchen wir noch 21 holz und jede menge kunststoff sagt die bohne aber mal anderthalben stack pfeile brauchen wir natürlich jetzt auf einmal nicht so viel die kann man mal zwölf stück nehmen erstmal mit lassen wir hier im inventar die waffe kann dann quasi hier vorn bleiben so war die flasche können wir jetzt immer schön mit süßwasser füllen die kann wir auch mehrmals füllen und ja so kann man dann hier quasi jetzt mit der tasse wieder auffüllen und die tasse kann man dann zur not auch da lassen falls man mal drauf geht dass man wenigstens noch eine tasse hat wenn man wieder aufwacht weil wenn man nämlich drauf geht habt das problem dass euer komplettes inventar weg ist so was brauchen wir noch wir brauchen noch flossen und ausrüstung genau weil wir noch tauchen wollen seile kunststoff seetank und eine leere flasche also ihr seht schon der gebrannte seetank geht relativ schnell weg seile plastik und eine leere flasche jetzt haben wir nicht mehr genug aber hier ist noch mehr plastik so können wir eine sauerstoffflasche herstellen die können wir uns jetzt hier in unserem inventar slot ziehen für die so glibber haben wir nämlich gar keinen mehr doch müsste man aber brennen und ich brenne mal schnell den glibber durch das passiert was gerade eingetreten was ich gerade vor uns angekündigt hat herbert hat nicht mehr viel benötigt ihr seht ich habe schon wieder hier feinstes herbert schnitzel rumliegen und deshalb ja dem müssen wir mal ganz schnell loswerden weil jetzt haben wir ja wieder bloß unser fünf minuten zeitfenster um mal ein bisschen was zu formen zumindest schon mal unter wasser deshalb machen wir uns jetzt gleich auf die socken solange herbert uns hier weil sie nicht mehr belästigen kann wir suchen natürlich eisen wir suchen ton wir brauchen seetank wie ihr gesehen habt das geht relativ in guter anzahl immer drauf für eventuell für die flossen ich habe natürlich jetzt die flossen nicht ich habe nur mein tauchgerät aktuell die flossen sind leider nicht fertig geworden so kupfer kann man mitnehmen wir haben ja jetzt genug platz dafür und ihr seht schon wie die sauerstoffflasche euch das quasi das unter wasser arbeiten richtig verlängert na also ihr könnt jetzt mal richtig schick tauchen gehen mit den flossen wäre es natürlich jetzt noch geiler aber wie gesagt ich bin mitten beim glibber brand hat herbert mein boot attackiert oder mein floß und dann musste ich in halte mal aufs gesicht geben dem kollegen irgendwie ist hier aber heute nicht viel los oder bin ich einfach nur zu blind für die scheibenkleister sand nehmen wir mit dort kann man auch immer gebrauchen eigentlich hätte ich noch ein bisschen mehr metallerz erwartet wir brauchen auf jeden fall noch ton ton haben wir nämlich fast gar keinen mehr oder haben wir gar keinen mehr mal kurz luft schnappern seetang ist immer gut weil das erz hängt eigentlich hier immer an diesen wänden dran aber heute ist hier nicht viel zu holen und wir haben ja gesehen dadurch dass wir die pfeile die stein pfeile die brauchen relativ gut steine also ist jetzt auch nicht verkehrt bei jedem tauchgang immer mal ein paar steine mitzunehmen aber das riff hat echt nicht viel zu bieten ich denke das wird ein kurzer trip wir räumen dann bloß noch schnell die insel leer und dann gucken wir hinter der insel ob es dann noch ein riff gibt aber ansonsten bin ich echt gerade irgendwann muss man halt doch mal luft holen weiter geht's im text nehmen wir noch ein paar steine mit jetzt habe ich auch schon wieder brand herbert ist auch schon was ab das ging jetzt aber zügig mit dem herbert so können wir gleich mal was essen noch wenn wir einmal dabei sind wir haben gesehen dass das riff war jetzt hier von schon relativ ich sage mal sparsam aufgestellt was die beute angeht aber egal wir haben ein bisschen wir haben ein bisschen erz gefunden wir erstmal in die kiste legen so das kupfer da habe ich schon vollen stack der muss noch durch gebrannt werden hier haben wir wieder ein bisschen seetan gefunden wir haben schon genug steine wir können noch zwei weitere öfen bauen hier getrocknete ziegel meine ich deshalb ist das jetzt nicht ganz so dramatisch aber was man gleich mal noch bauen werden ist noch eine normale axt weil ich habe leider gerade aktuell nicht so viel reisen das andere zeug hier noch weg was noch vor uns verbauen übrig hatten ich würde es immer gleich so ein bisschen aufteilen weil dann kann man mit schiff das ganz einfach quasi raus aus dem wasser bevor mich herbert wieder nascht jetzt machen wir schnell noch die insel leer werfen mal ein blick hinter die insel ja dann brauchen wir brauchen auch nicht so was haben wir noch gibt es hier ananas melone irgendwas sich nicht so aus dann bauen wir einfach mit baum um hier oben noch was interessantes ist ist das sieht aus wie als wenn da oben wieder eine kiste steht ist sehr schön da können auch feine sachen drin sein ja doch hier oben wächst hier oben wächst ein bisschen was nichts weiter nur noch die kiste jetzt müssen wir uns mal ganz kurz orientieren damit wir wissen wo vorne und hinten ist also hier ist vorn scheiße von die oben kann man sehr gut sehen es gibt leider nur von das riff wo nicht so viel los war ich wäre aber trotzdem mal einen kleinen tauchgang wagen vielleicht hängt ja hier hinten irgendwo noch ein bisschen was rum ja wir müssen bloß mal gucken auf nummer sicher gehen nicht dass wir irgendwelche schönen erze irgendwo hängen lassen nö sieht aber nicht so aus hier hinten ist gibt es leider nichts wir können uns mal nach vorn tauchen ganz gemütlich nö sieht echt kahl aus hier muss ich sagen dürftige ausbeute dürftig dürftig leute da wird natürlich mit dem zwei eisen die wir gefunden haben da wird ja nix nehmen wir wenigstens noch ein bisschen den oberflächen will mit weil ich möchte dann mit euch in dieser folge noch ein kleines bisschen am boot rumschrauben oder am floß dass wir da noch ein kleines bisschen das floß vergrößern wie gesagt in der alt also in der letzten folge hatten wir noch am floß eine breite von fünf bahnen also fünf mal so da ist herbert ich denke der wird sich gleich wieder auf uns stürzen interessiert sich noch nicht für uns das ist fein aber jetzt wird er gleich kommen ne ja komm herbert vor dir habe ich keine angst mehr so gut dann können wir ja auch schon wieder leinen los wieder mal unseren einweg anbauen zack und weg so können wir gleich mal das zu wissen stück wieder reparieren was herbert apropos weil wir gerade schon zerbeißt reden lass das ding in ruhe ranzsau lass jemanden anders ein boot weg aber nicht unseres verfluchte hölle so was haben wir jetzt also eine kugel die können wir erstmal kauen da ist ja nicht viel dazu metallbarren tauschen wir mal so aus dabei müssen wir gleich wieder weiter befeuern die sache das schöne ist am großen wasserreiniger da braucht jetzt kein holz mehr also wir können da jetzt quasi immer wasser machen auf mit hilfe der sonnenenergie durch die glasscheibe also das ist schon sehr sehr angenehm eine holzverbrauch die quelle weniger so die samen naja gut wir haben ja jetzt ein bisschen platz jetzt kann auf den grill wir heben sie mal auf vielleicht neues rezept haben wir wo habe ich denn das andere rezept was ist das früchte kompott ok nach hier ist das andere rezept also das heißt wir werden uns dann mal noch eine kochstelle bauen müssen und so weiter und so fort so weiter im text äh der heilkopf kommt hier dazu haben wir schon neun früchtchen gut das ist jetzt alles eher so 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 da la na bin ich bescheuert sag doch einfach ja leute hier unten haben wir noch was so jetzt hätten wir hier auch genug clipper so legen wir mal den schund hier noch auf den grill das ist zwar jetzt ein bisschen verschwendung weil nur ein teil drauf liegt aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal so was brauchen wir für die flossen dass wir ausrüstungstechnisch mal noch zusammen kommen und stoff seetang sechs stück die haben wir auch grad schön oh fünf brauchen wir von dem glibberzeug dann müssen wir noch eins brennen gut also oh hier handkiste sehr gut passen wir nebenbei immer ein bisschen auf das war quasi unsere Kisten die an unsere oder die fässer die an uns vorbeischwimmen dass wir die immer mitnehmen ansonsten tun wir mal schnell gucken dass wir mit reichlich holz unser boot noch ein bisschen ausgebaut kriegen ihmchen hier ist ganz cool nimmt einfach mal an mir vorbei so glibber brauchen wir fünf hatten wir gesagt und noch zwei seile haben wir gerade keine übrig haben wir die flossen gleich noch hergestellt die können wir natürlich auch anziehen wie ihr seht das mit den netzen es läuft echt super so fangen wir halt mal an ein bisschen was zusammen zu schustern einmal hier einmal hier ich habe festgestellt wir brauchen auch gleich noch wenn wir die netze bauen wollen noch ein vorrat seile dann können wir nämlich immer gleich noch das netz mit einsetzen ach ach und nägel okay bitte einmal nageln was kostet einmal nageln so können wir hier fleißig einsammeln jedes netz mehr macht uns die arbeit leichter so was haben wir jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht da können wir auf jeden fall noch mensch mensch herbert du lernst es einfach nicht bei mir gibt es ja am boot nichts zu knabbern du wird einer hastigen liebe so waren wir noch zwei ran wie ihr seht auch diese befestigen fondons sind gut teuer und das was wir jetzt hier an holz vorrat schon hatten ist jetzt quasi auch schon wieder fast durch also das mein obf muss ich entweder naja haben wir noch ein bisschen was so gut haben wir uns jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn in der breite ja ich denke das floß von der breite her das passt so weit wenn wir und sagt wieder kein holz mehr schönes ding ach Plastik fehlt auch schon wieder so jetzt mangelt es auch an Plastik obwohl da hatten wir ja hier noch ein bisschen was verbauen wir den Rest mal dann dann haben wir wieder Rohstoff technisch gut was verbraucht nächste waren wir nicht mehr fertig müssen wir mal noch ganz schnell ja komm gibt mir ein bisschen Plastik shit wie ihr seht in den Fässern verfängt sich auch gerne mal so ein Fass Plastik shit genau meine netze regeln so haben wir unser Domizil schon mal ein kleines bisschen vergrößert haben wir mehr Platz und ich würde sagen die Folge ist wieder ein kleines bisschen länger geworden das wollte ich eigentlich vermeiden aber wie ihr seht das ist gerade halt mal so und ich denke mal die nächste wird ein bisschen kürzer da werden wir uns wahrscheinlich den Kochtopf bauen du Hölle was ist da vorne los oh shit seht ihr das was da vorne fliegt naja ok das werden wir uns auf alle Fälle in der nächsten Folge angucken scheiße da das ist keine Möwe was da fliegt naja Freunde das schauen wir uns in der nächsten Folge an vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge tschau Leute Manuel die als die Bis zum nächsten Mal.